So, heute ist Umbautag Nummer 1 und das heißt rausreißen. Okay, ich denke mal wir fahren Oskar erstmal ein Stück vor, oder? Dann kommen wir besser an die Rückbank ran, oder? Ja. Okay, dann würde ich jetzt einfach mal mit der Bank hier anfangen, oder? Ja. Ich sehe, das ist zu klein und ist zu groß. Ja, dann muss es mal machen. Das ist magnetisch. Ja. Cool. Ja. 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 Hier? Ja. Gut. 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 Lägt das erstmal hin? Ja. Ja. Ich habe ihn da. Ich habe ihn zum Schaden. Okay. Bye-bye. Geil. Geil. Ui. Geil. Geil, geil. Wir haben die Macht drauf. Geil. Ja, jetzt ist er leer. Und unangentlich. So, wir haben es geschafft. Ja. Aber richtig gut, alles an einem Tag. Jetzt heißt es nur noch aufräumen. Und dann ist Feierabend. Ja, wir haben es heute geschafft. Wir hatten am Anfang echt Bedenken, dass wir alles rauskriegen. Weil gerade weil alles vernietet war und es war für die Ewigkeit einfach gebaut. Gerade auch diese Zwischenwand, da wussten wir gar nicht, wie wir da anfangen sollen, wie wir die rauskriegen. Ja, und letztendlich. Haben wir alles geschafft. Da hat Laura ihr wahres Ich gezeigt, ihre Aggressionen rausgelassen. Ja, also ohne Witz, ich habe echt Sachen gemacht, die ich mir nicht zugetraut hätte. Ja, und jetzt ist er leer. Wir sind noch nicht ganz fertig. Wir müssen noch den Boden versuchen rauszukriegen, den alten. Ein paar Kleinigkeiten, aber ich glaube das Gröbste. Ja, und für heute einfach noch den Müll wegräumen und dann war es das.